Herzlich Willkommen zur Einführung in die fünf Rhythmen. Die fünf Rhythmen sind Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical und Stillness. In ihrer Abfolge getanzt, ergibt sich eine Welle von Energie, genannt Wave. Beginne mit den Füßen. Verbinde dich mit dem Boden. Erde dich. Erde dich, beginne zu fließen, kontinuierlich, weich, rund, durch den ganzen Körper hindurch. In dich selbst hinein und aus deinem Zentrum heraus. Flowing führt dich ins Staccato. Folge dem Rhythmus, dem Beat, den Ecken und Kanten. Kurz, vorwärts, nach außen, in eine Richtung. Aus dem Herzen, aus dem Bauch definiert. Und lass diesen Rhythmus sich entwickeln in eine wilde, befreiende Bewegung hinein. Und lass dich aus diesem Rhythmus hineinheben in mehr Leichtigkeit. Geisch, glühend, glühend und lята. Aha-Lapt im Rhythmus. Innerhalb und tausend. Und näher sein. Gleich ihrest. Und er wird deinen Herzen hören. Mein Gott. Aus dem Herzen. Und locket sich, langsamctica, schnauben metadata. Aufورggen sie darken Spenden ein Kind haben. und freien und der glopia Taste, wird im viewedesten ges ringt. Dass die Welle sich senkt in Stillness, die Bewegungen werden langsamer, du folgst dem inneren Strömen, dem Ein- und Ausatmen, der Bewegung, die noch geschehen will, deinem inneren Tanz in seine Vollendung, in den jetzigen Moment hinein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017